Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezeugt-Spiel Clash of Clans und heute habe ich natürlich noch einen Chip im Mund, muss ich erstmal leer essen. Ich mache mal weiter mit den Base-Besuchen. Ich hänge ja ein bisschen hinterher, nichtsdestotrotz könnt ihr gerne auch weiter selbst anfragen. Ich mache einfach von oben nach unten und besuche jetzt den Tiag. Tiag war auch schon mal bei uns im Clan. Dann such, 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 Clan of Carl und Tiag versteckt sich da und besuchen. Das ist eine ganz schlechte Idee, kurz vorm Video nochmal einen Chip zu essen, weil jetzt habe ich die ganze Zeit Hunger auf Chips und kann euch ja nicht so oft von schmatzen. Rathaus Level 8 haben wir hier. Ist zwar kaputt, hier waren Magier und Peckars. King Level 5, Minenwerfer, Minenwerfer, Minenwerfer. Ja, auch das hier sieht man ganz klar, ist ein ganz solides Lager. Hier muss man nicht viel meckern. Klar, ein paar Verteidigungsgebäude müssen noch hochgelevelt werden. Also ein Minenwerfer ist auf 6. Die Bogenschützentürme sind auf 8. Also auch da geht noch ein bisschen was. Und ja, man sieht aber, es wird an allen Ecken gearbeitet. Also kann man auch hier nicht meckern. Alles ringsrum schön verteilt. Astreines Lager. Clanburg in der Mitte greift alles mit ab. Tja, perfekt. So stelle ich mir doch ein Lager vor. Und jetzt kann ich dir sagen, du bist im übernächsten Video. Übernächsten Video. Ich mache natürlich alle Besuchfolgen hintereinander. Das heißt, Tja, Donnerstag, WWE, einer der besten YouTuber der Welt. Oh, das freut mich. Ich danke dir. Wie ist es angezeigt? Besuch mein Dorf und bewerte das. Danke. Ich bin in deinem Clan. Heiße Leon E. Bei meinem Account. Den Leon E. hatte ich doch gerade eben auch hier noch was schreiben gesehen. Besuchen. Leon E. Leider ist dein Lager down, 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 down. Und darum. Leider ist dein Lager gerade down, einfach nochmal schreiben. So. Jetzt schreiben wir nochmal auch noch richtig. Und dann kann es hier auch weitergehen. Einer der besten Streams überhaupt. Ja, der 18-Stunden-Stream war schon cool. Äh, Clan-ID. Okay, probieren wir mal. Die Meister. Clan-Suche. So. Mal gucken, ob er das findet. Er rattert schon mal zumindest. Die Meister. Und wir suchen den Ronny-10. Ronny-10. Der Jan-11 ist da. Das Sven-12. BVB-9. Aber kein Ronny-10. Leider habe ich dich im Clan nicht mehr gefunden. Und dann einfach nochmal schreiben. Gucken wir nochmal. Jan-Jan. Dann antworten. Folge 2. Wo sind denn die Besuchsanfragen? Mr. Angezogen. Kannst du mich bitte besuchen? Clan-Kürzel. Perfekt. Mr. Mavo. Du hast was richtig gemacht. So. Und dein Name ist Bob der Klaumai. Klaumeister. Würde mich noch ein bisschen freuen. Tuss Jöllenbeck. Turn- und Sportverein. Oder wie? Mr. Shadow. Super Bauer. Was haben wir gesagt? Bob. Oh ne. Er hat nochmal einen anderen Kürzel. Bin in einem anderen Clan. Ah ja. Ohne Raute davor findet er das nicht. Suchen wir nochmal. Atemlos durch die Nacht. Äh. Äh. Ein Mitglied. Und das ist auch nicht da. Ich kopiere nochmal die ID. C. Raute. Raute. So. Da ist auch kein Leerzeichen dazwischen. Halt gerade bei einer Clan-ID. Bin jetzt in deinem Clan. Da wollte ich schon immer rein. Okay. Sorry. Ähm. Und du heißt. Bob der Klaumeister. Habe ich noch gar nicht gesehen. Burg. Burg. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bob der Klaumei. Pardon. Habe ich dich immer übersehen? Okay. Rathaus Level 7. Zu niedrig. Leider. Minwerfer. Okay. Ähm. Aber hier die Fallen. Die kannst du doch ganz schnell noch hoch machen. Dann machen die deutlich mehr Damage. Dann lohnt sich das auch. Okay. Du baust hier die verborgene Tesla. Ähm. Ja. Minwerfer stehen. Solide Magier-Türme. Ja. Ja. Ich muss dir sagen. Dein Lager sieht leider gerade so aus wie meins. Also noch nicht so wirklich ganz fertig. Ähm. Du hast eine Gangkiste. Ähm. Ja. Hier das Außenrum kann man alles ein bisschen schöner gestalten. Ein bisschen hier verteilen. Weil. Warum sollte jemand von hier jetzt angreifen? Der greift einfach von hier an. Klar kriegt er da drei Minwerfer auf die Mütze. Aber. Da kommt man schon durch. Ähm. Darum. Ich würde dir empfehlen. Also das hier in der Mitte ist an sich ganz gut. Nur noch so ein bisschen außenrum. Ist halt auch schöner, wenn die Clanburg irgendwo in der Mitte ist, dass man, ähm, dass die halt immer gezogen werden, die Einheiten. Und gerade bei uns im Clan sind die alle sehr, ups, ah, sorry. Sehr gibfreundig. Ähm. Dass dann auch, ähm, immer was in der Clanburg sein kann. Darum würde ich das noch ein bisschen optimieren. Bob, der Klaumai. Ähm. Und, äh, an sich passt sonst der Aufbau. Gut. Bist im übernächsten Video. Antworten. So, ja. Das ist. Dopp, dopp, dopp. Hier. Hallo, bist du angezockt. Es wäre sehr nett, wenn du mich besuchen könntest. Oh, bei dir war ich schon. Im letzten Video. Hab den Clan gewechselt. Bin nicht mehr bei. Und. Okay, Nils, ähm, ich bin im, in Destori, wie auch immer, der ganze Clan möchte, dass ich ihn besuche. Ähm, ja, also, das ist dann doch etwas zu zeitintensiv, sag ich mal. Ich gucke jetzt mal, ob ich dich finde. Und, ähm, kann da nicht den ganzen Clan durchmachen. Äh. Und, ähm, wie ist denn da? Ich hab im Clan gewächst. Bin jetzt in der und nicht mehr in, äh, möchte oder würde es einfach im Clan besuchen. Jetzt gucken wir erstmal, ob es hier Nils gibt. Wir gehen bei dem Nils rein. Ähm, der ganze Clan ist, freut mich, dass ihr das alle wolltet, aber bitte, ähm, einzeln drunter schreiben. sonst sprengt es einfach die Zeit und leider ist dein Lager, hey, komm mal, leider ist dein Lager down, bitte nochmal schreiben, so, ja, also halt einzeln gerne alle, sprengt den Rahmen, ähm, tja, wann kommt Stream, mhm, Clan-Name, gibt nur ein Clan mit dem Namen, hier, äh, Paul Hyper, du hast Glück, dass ich dich jetzt gefunden habe, also gesehen habe, bitte immer Besuchende vorschreiben, sonst überspringe ich das durchaus, äh, mal, weil ich ja nach Besuche suche und es dann markiert habe, aber, ja, und dein Name, Hyper, Paul, da haben wir dich, besuchen wir dich, antworten wir dir, was sagt die Zeit, noch ein bisschen Zeit haben wir, du bist im übernächsten Video, okay, sehr schön, Rathaus Level 9, die 9er Mauer ist schon nice, wobei auch die 8er schick ist, ähm, Minenwerfer, 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 okay, also hier an dem Lager sieht man ja schon, zum einen ist es ein Aufbau, den man ja durchaus schon gesehen hat, ähm, ist auf jeden Fall ein guter und sehr solider Aufbau, hier steht alles an der richtigen Stelle und darum kann man hier nicht meckern, ich sag mal so, ein König finde ich in Ordnung, wenn er auch etwas weiter draußen ist, er passt aber eigentlich auch hier gut in die Mitte, Luftabwehr, okay, die 4. die muss noch ein bisschen gemacht werden, auch der 4. Magierturm muss noch ein bisschen gemacht werden, aber sonst ist das ein sehr, sehr, sehr schönes und solides Lager, ähm, würde ich durchaus, ist halt so ein Standardlager, aber Standard ist ja nicht schlecht, hier kommt keiner so einfach rein und darum sag ich Hyper, Paul, weiter so. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen scrollen, bitte besuch mich Galaxy Team, bei dir war ich schon, so, hier, besuch mich bitte Name, Clan, da waren wir auch schon, also durchaus in Ordnung, wenn ihr mehrfach reinschreibt, gerade wenn ich so hinten dann her, kannst du mich bitte besuchen, Clan, Clan, TTC, Name, Hen, und Clan, Kürzel auch da, Astrein, so, Hen, R, TTC, auch interessantes Wappen, hier, Hen, R, da bist du doch gleich, gell, andersrum nicht, genau, wir besuchen dich, ja, leider ein bisschen down, aber Rathaus Level 8, für 8 natürlich die Mauer ein bisschen low, ähm, machst gerade die Luftabwehr, hast aber schon alle Minenab, äh, Minenabwerfer, genau, Minenwerfer auf 6, sehr schön, ähm, auch hier kann man sagen, ganz solides Lager, die Bogentürme, die hat es ein bisschen vernarrt, wobei, hier hast du die auch schon alle hoch, aber, gibt nichts zu meckern, Minenwerfer stehen gut, Verteidigung ringsrum steht gut, die, die Tannenbäume stehen gut, das ist sehr schön, an jeder Seite, fast in der Mitte ein, das ist nice, und der Grabstein, ähm, ähm, tja, Clanburg deckt alles ab, also hier deine Baseaufbau und die Verteidigungsplatzierung, auch die finde ich sehr, sehr gut, man kann hier großartig nicht machen, ich mag den Aufbau, ihr wisst, wenn alles so verkastelt ist, das, äh, finde ich gut, der Magierturm in der Mitte, ja, ist auch okay, und beschützt das nochmal ein bisschen, wobei, wenn einer bis dahin kommt, dann hält der Magierturm ihn auch nicht mehr auf, wobei, natürlich, wenn dann noch andere Minenwerfer mit draufholzen, auch gut, also, Henner, ich fühle mich auch sehr, sehr schön, schreiben wir auch bei dir, du bist im übernächsten Video, so, perfekt, und jetzt haben wir hier, Toy Yen Fung, Clan Level 3, 130 Siege im Clan War, Name, Mominator, ich denke, auch du warst doch schon mal, also, ich war, glaube ich, schon mal bei dir, äh, die ganze Zeit wäre ich gekickt, Video kommt heute, wenn Upload klappt, und, das habe ich geschrieben, so, tja, Toy, wenn, hier, das ist wahrscheinlich der einzige, Level 3, weiß ich nicht, ob der das ist, bitte besuchen, der Stream war Hammer, Mominator, hier ist noch einer, Level 3, Mominator, da haben wir dich, wir besuchen dich, und auch hier, leid, da ist deine Base gerade down, und bitte noch mal schreiben, so, gut, Rathaus Level 8, Minenwerfer, also, man kann sich natürlich schon vorstellen, wie die Base aufgebaut ist, ist eigentlich auch recht schick, aber, ich möchte, ich möchte dir sagen, dass du so cool bist, auf Facebook habe ich dich auch angeschrieben, ich schreibe dich nachher nochmal an, okay, danke, gerne, ähm, ich habe kein PC, ich habe legendäre Fusion, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Zeit, 15 Minuten, bitte besuch mich, Clan Eat4Free, bei dir ein Big World, du hast doch schon mal geschrieben, ich habe Eat4Free nicht gefunden, gucken wir nochmal, ob er jetzt was findet, All4Free, Dinner4Free, Trucks4Free, Donuts4Free, Dragon4Free, aber kein Eat4Free, Ich muss dir nochmal schreiben, Leider finde ich deinen Clan nicht, bitte mal mit ID schreiben, so, antworten, dann kriegen wir doch noch, einen unter, kannst mich besuchen, heiße, Kark, bin im Clan, ich glaube, Kark ist mit seinem zweiten Account bei uns, dann drin, Kurt Wolfes, und du heißt Kark, Nö, bist du nicht, Leider nicht gefunden, in dem Clan, bitte nochmal schreiben, 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 so, dann, kannst mich besuchen, ich heiße Robin, bin in deinem Clan, meinem Clan, Robin, mal gucken, ob er noch da ist, der Robin, 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 ah, da ist er, besuchen, hat er geschrieben, naja, vor sechs Tagen, bis im übernächsten Video, so, ja, also Robin, das hier ist halt ein Geschenk für Farmer, also ob da viel drin liegt oder nicht, und auch das finde ich jetzt ein bisschen, die finden halt, gerade am Mehlager finde ich schön, um halt ein bisschen Puffer zu schaffen, also wenn du hier zwei hinsetzen würdest, eins da, eins da oder so, dann können halt, müssen die Truppen, die angreifen, erst mal da vorbei, in der Zeit kann halt deine Verteidigung draufholzen, gerade weil du jetzt nur zwei Minenwerfer hast, fände ich es natürlich besser, wenn zum Beispiel einer da und einer da im Eck wäre, deine Base an sich, ist mir persönlich ein bisschen so zu gestückelt, also hier so, dann hier, dann, also die könnte richtig gut sein, aber, du hast hier halt manche Gebäude, mit unterschiedlichen Größen, zusammengesetzt, was eigentlich dann so nicht passt, das hier musst du eh gar nicht beschützen, das Labor, wenn es kaputt geht, geht es kaputt, das ist nicht schlimm, und auch hier ist so ein bisschen einfach hingestellt, da würde ich dir schon empfehlen, dass hier nochmal Minenwerfer, ja, nebendran, Markiatur, Minenwerfer, nebendran Markiatur, um die anderen Sachen, ein bisschen drumrum setzen, und, dann, schon, aber hier, das ist wirklich ein freies Geschenk für Farmer, die kriegen noch nicht mal viel Schaden, und hier, die Minen können sie einfach so, sich abnehmen, ja, du weißt, was ich meine, so, gucken wir nochmal auf die Zeit, es wird eng, es ist zu eng, so, das war's für heute, jetzt haben wir mal ein paar Videos gemacht, mit Aufnahmen, ich bin wieder fast bei Stand, das heißt, wenn ihr wollt, dass ich euch besuche, einfach mal unter das Video schreiben, und dann sage ich, tja, das war's für heute, und wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut! und wir sehen uns beim nächsten Mal, Vielen Dank.